Wenn wir volles Leben haben, dann speichere ich wieder direkt davor. Also vor dem Loch. Okay. Hier hat es uns nichts gebracht. Geben wir doch mal... Aua. Hier runter. Okay, hier gibt es jetzt auch wieder drei Sachen. Ich gehe erstmal hier... Nee, Moment mal, da gab es ja auch noch das zweite, nicht? Mist. Jetzt springe ich einfach mal schnell hier runter. So, das wäre so geil, wenn das jetzt die Truhe... Wenn hier jetzt dann die Truhe wäre. Und, ist sie hier? Können die hier runter springen? Nein. Dann geht es eh nur hier weiter. Wie führen wir jetzt? Jetzt haben wir B6. Hier kommen wir dann nur hier weiter. B7. Ah, dann kann ich aber auch gleich wieder neu laden. Bei nach B7 kommt der B8 mit der Lava. So, dann gehe ich jetzt noch mal schnell den ersten Weg nach oben. Hier da runter. Und hier... Oha. Nach oben. Ah, Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Und hier finden wir die Truhe... Nein, hier finden wir die Truhe nicht. Hier haben wir zum Weg. Oder finden wir sie hier? Nein, weil da kommen wir auch vom dritten Raum her hin. Und beim dritten Raum haben wir die Truhe nicht gefunden. Jetzt, aber... So, das heißt, wir müssen dann so weiter... Oh, mal, das ist so anstrengend, sich jeden einzelnen Weg zu merken. Aua. Aua. So, dann gehe ich jetzt hier rein. Komme ich nur hier weiter. Und hier waren wir auch schon mal. Die Frage ist nur... Kommen wir hier zur Truhe oder nicht? Weil wir waren ja jetzt schon überall mal. Also, wir haben irgendwie was übersehen, aber... Keine Ahnung. Jetzt müssten wir wieder in der Lava... Ja, jetzt sind wir wieder bei der Lava. Dann laden wir nochmal neu. Aua. Jetzt reicht's aber dann. So, dann gehen wir jetzt... Jetzt, äh... Moment mal, war da die Truhe? Ich hab's nicht genau gesehen. Da muss ich dann nochmal drauf achten. So, dann... Hier runter. Und hier runter. Jetzt haben wir dann B5. B6. B7. Und wenn wir jetzt nicht bei der Truhe sind, dann können wir neu laden. Ja, wir können neu laden, denn nach B7 kommt die Lava. So, schön ausgetrickst. Er hat mich fast erwischt und dabei hat er nicht mehr nach mir gegriffen. Also, ja, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ne, dann leere Truhen. Aber hier kann's dann nicht weitergehen. Dann ist es vielleicht hier. Okay. Gehen wir jetzt mal hier runter. Gehen wir jetzt hier runter. Moment mal, hätte man da runter... Ich glaube, man konnte da nur so runter springen. Keine Ahnung. Ah, auf jeden Fall glaube ich... Nein, hier haben wir die Truhe gefunden. Ach genau, und deswegen bin ich da den anderen Weg nicht mehr gegangen. Egal. Wir haben die große Truhe so oder so schon mal gefunden. Ich weiß nur nicht mal, ob es davor oder danach war. Nach dieser einen Truhe. Das wäre auch toll, wenn wir sie zufällig mal sehen würden, damit ich weiß, in welchem Stockweg sie ist. Bis hier hatten wir das Glück leider nicht. Ich sehe sie nirgends. Wenn wir wüssten, in welchem Stockweg sie wäre, dann könnten wir dann, wenn wir an einem Stockweg sind oder vorbei sind, nochmal neu laden. Ja, Hauptsache, er trifft mich nochmal. Jetzt haben wir B6. Und jetzt B7. Da ist sie! B7! Ja gut. Sie ist ja so ganz unten. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie hinkommen. Oder waren wir schon mal bei der Truhe? Ich weiß es nicht. Könnte auch sein, dass wir da nicht waren. Dann ist es vielleicht der... Ah, Moment mal. Das versuche ich jetzt. Wieso hat er den nicht geschoben? Das versuche ich mal eben. Müsste ich, glaube ich, hier runter? Und dann hier runter? Hier? Ich glaube, es war der richtige Weg, dahin, wo ich hin will. Genau. Aber da konnte ich nicht runter, also... nochmal neu laden. Wie komme ich da nur hin? Da war ich jetzt, glaube ich, ja auch fertig. Ich gehe mal da rein. Hier waren wir schon auf der Suche. Hier, glaube ich, auch. Gehen wir mal hier rein. So. Drei. Vier sind wir jetzt. Fünf. Sechs. Wir sind auch ziemlich weit unten jetzt. Sieben. Sieben. Ich glaube, ich bin zu weit oben. Ja, hier komme ich dann wieder zu Lava. Verdammt. Wie komme ich da nur hin? Wieso komme ich da nicht hin? Mist, 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 Mist. Ich gehe mal hier rein. Ich gehe mal hier rein. Ich gehe mal links rein. Wie komme ich zu dieser blöden Truhe? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aber von hier aus kommen wir auch... Da kommen wir auch von Raum 3 hin. Das heißt, da ist es nicht. Weil das ist ja der Weg zur, ähm, zur Master... äh, zur Master-Tür. So, dann muss ich hier jetzt einmal rechts lang. Geht's nur hier weiter. Hier sind wir B... Vier. B5. Muss ich hier weiter. Und jetzt haben wir B6. Nicht so, muss die Truhe ganz oben sein. Äh, ganz unten sein. Moment mal, vielleicht ist das ja... Ja. Kommen wir hier zur Truhe? Nein, glaube ich nicht. Warte mal, war da eine Tür? Weil die mich auch immer runterschubsen müssen. Ähm. Äh, jetzt haben wir... Da war, glaube ich, auch alles durch. Verdammt. Wie komme ich zu dieser blöden Tue? Ah, Mist, 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 Mist. Ich wollte eigentlich rüber. Am Endtaken rüber. War ich die jetzt zum Schluss gefunden, die Tue? Ich weiß es nicht mehr. Gut, ich könnte ja jetzt auch eine theoretische Aufnahmepause machen und, äh, das, äh, das suchen, wo ich das gemacht hab. Aber ich glaube nicht, dass es das bringen würde. Jetzt mal hier. Ah, okay, hier sind wir da, wo wir vom Raum um zwei aus hinkommen. Moment mal, ich bin ja auch hier, bin ich einmal aus wie sie? Äh, hin. Könnt ihr mal bitte aufhören? Vielleicht hier hin? Versuchen wir es mal. Hey. Da ist er. Da waren wir noch nicht. Wieso können wir den Schalter nicht betätigen? Vielleicht, weil er schon betätigt ist. Springen wir mal runter. Hm, waren wir hier schon mal? Also den Schalter hat mir definitiv noch nicht gefunden. Und sowas, also Treppe zu Loch nach unten, hatten wir auch noch nicht. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Die Frage ist nur, kommen wir hier vielleicht zu unserer Truhe oder nicht? So, wo kommen wir jetzt hin? B7 sind wir schon. Hat also nicht funktioniert. Und der Schalter hat auch, glaube ich, gar nichts aktiviert. Zumindest habe ich nichts gemerkt. Ich habe auch keinen Ton gehört. So, dann vielleicht jetzt was. Da sind wir hier runter. Da kommen wir von Raum 1 hin. Gehen wir mal hier runter. Wo kommen wir jetzt hin? Jetzt mal hier. Da sind wir vorhin gerade runter. Springen wir mal hier runter. Hier waren wir aber schon zu Beginn mal. Hier sind wir aus Raum 1 schon mal hingekommen. Na gut, der Regenabsturz. Wieder mal. Dann. Das ist blöd jetzt. Das ist blöd jetzt. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob da drunter jetzt da noch eine zweite Höhle war. So. Mit etwas Pech hat das irgendjemand zu schlagen. Den toten Kopf. So. So. Ah. Moment mal. Da haben wir ja gerade runter, oder? Aber da ging es auch wo runter. Gehen wir nochmal hier rechts lang. B3. B4. Okay. Wo kommen wir da jetzt hin? B5. B6. Gleich runter gefallen. Ah. Moment mal. Ah. Ja. Hier kommen wir nicht zur Tue. Oder? Nein. Ja. Dann. Tja. Dann was. B4. 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 He姿. Mmmh. Das kannst doch nicht sein, dass wir nicht mit dieser blöden Tueiren kommen, oder? Miß mir doch irgendwie hinkommen. Hallo? Dürfte ich da vielleicht mal durch? Moment mal, ich muss ja hier irgendwie. Das wollte ich doch gar nicht. Wie komme ich denn da ansonsten? Ah, Moment mal, vielleicht durch die Ritterstatue. Da will ich jetzt runter. Das ist das Einzige, glaube ich. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt noch nicht erkundet haben. Ansonsten bin ich echt vollkommen planlos. Wird es da eigentlich auch wo runtergehen? Hm, keine Ahnung. So, ihr dürft mich gern. Nein, du nicht. Ich will hier nämlich... Genau, so. Runter. Jetzt bin ich wieder hier. Echt klasse. Das ist doch da, wo wir auch von Raum 3 hinkommen. Ach, Mist. Das war jetzt meine letzte Chance. Das heißt, wir haben irgendwo was übersehen. Ach, Mensch. Leute. B6. Und jetzt B7. Ich komme jetzt zu dieser blöden... Höhle. Äh, äh, Truhe. Aber wisst ihr was, Leute? Bevor wir jetzt nochmal stundenlang suchen, mache ich wieder eine Aufnahepause. Und ich suche mir den richtigen Weg raus. Also, ciao. 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 Ciao.